Hier sind wieder die neuen Olivenbäume. Jetzt oder nie. Wünschiger werden sie nie. Grüezi miteinander. Ich möchte Ihnen unsere neuen Olivenbäume vorstellen. Sie sind frisch aus Spanien gekommen. Sie sind in einer kleinen Schale. Sie sind zwischen 80 und 200 Jahre alt. Sie haben so schöne Knorpel wie das Thema. Das heißt, wenn man das genau anschaut, ist es fast wie ein Gesicht. Das sind die Olivenbäume, die wir jedes Jahr schneiden. Die lachen noch einmal 60 cm. Wir kommen dann im Herbst vorbei und schauen bei Ihnen zu Hause. Sie sind so zu verpacken, damit nichts passiert. Einmal kommt das Kabelkabel rum. Wir können es dünnen, schneiden und machen Pflanzenschutz. Das ist das beste Wunsch, das Sie von uns buchen. Und danach kommen wir jedes Jahr im Herbst vorbei. Bis im Herbst.